Das 980RTL Klo-Rakel Eine ahnungslose Person wird darüber entscheiden, wer das erste Deutschlandspiel bei der EM 2016 gewinnen wird. Das ist das Klo-Rakel. Vor dem Klogang ist nach dem Klogang. Ob Toilette oder Klo, Hauptsache Spanien. Das geht. Großer Toilettengänger ist jetzt auf dem Klo. Wir werden gleich mal überprüfen, ob es eine runde Sache war oder ob er mit Pressing nachhelfen musste. Yeah! Herzlichen Glückwunsch, Rossi, wird Deutschland entschieden! Na, wie war's? Das runde hoffentlich jetzt... Oh ja, es hat ein bisschen Probleme gemacht am Anfang, aber in den letzten Minuten habe ich es noch hingekriegt. Hände abwischen, weitermachen! Danke, weiter geht's! Yeah! Deutschland! Die besten Hits von heute!